Liebe Studenten, liebe Gläubige hier in der Kirche und an den Bildschirmen, heute am Hochfest des heiligen Leopold ist ein Grund, Danke zu sagen. Danke für diese sieben Jahre des Studiums hier an der Hochschule. Ja, einfach Danke sagen und mit meiner Priesterweihe am 11. Juli hat sich ein Kreis geschlossen auf meinem Berufungsweg. Geboren bin ich am Lourdtag am 11. Februar 1979 in Gera, in der damaligen DDR, heute Thüringen. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus ohne religiösem Bekenntnis. Mit zwölf Jahren begann ich in der Bibel zu lesen. Mit 16 kam dann in mir so der Gedanke auf, ja man könnte doch Theologie studieren. Ich war gerade mit meinen Eltern in der Studienberatung in Jena und die Studienberaterin hat dann aber gesagt, Ja, sie müssen aber dazu getauft sein. Meine Eltern und ich wussten damals noch nicht, ja was bedeutet das, wir wussten da keinen rechten Weg. Und ein Jahr später ließen sich meine Eltern dann scheiden. Ich suchte dann einen Halt. Da hatte ich das aus der Bibliothek, das Buch durch das Jahr, durch das Leben ausgeliehen. Und beim Blättern stieß ich zufällig auf das Ave Maria, das Gegrüßet seist du Maria. Es war wie ein Blitz in meinem Kopf und ich begann dann zu beten. Und was betete ich? Den Rosenkranz. Und hier sehe ich den Beginn meines Gebetslebens. Und Maria hat mich hier geführt. Und in dem Rosenkranz fand ich Trost und Kraft, um die Scheidung meiner Eltern annehmen zu können. Am 3. Dezember 2007, meine Mutter und ich waren gerade nach Bayern gezogen, nach Pfarrkirchen, Rottal Inn, empfing ich die Taufe und die Erstkommunion. Ein Jahr später in Passau dann die Firmung. Und 2009 lebte ich einige Male im Stift Schlierbach mit. Und dass es dazu kam, dass ich 2009 im Stift Schlierbach mitlebte, haben zwei Personen Vorarbeit geleistet. Zum einen der heilige Bruder Konrad von Parzamm und Benedikt XVI. Papst Benedikt besuchte 2006 seine bayerische Heimat, wo er auch Stationen in Altötting machte. Ich verfolgte das Ganze vom Fernsehen aus. Und in einer Predigt kam er auf den heiligen Bruder Konrad zu sprechen. Und ich fragte mich damals, was ist das ein Ordensmann? Was ist das? Und Benedikt XVI, der hat mich durch seine Predigt so neugierig gemacht, dass ich mich eingehend mit dem Leben des heiligen Bruder Konrad beschäftigte. Der Papst wollte in seinem Pontifikat immer ein stiller, bescheidener Arbeiter im Weinberg des Herrn sein. Und durch diese Predigt, wo er den Bruder Konrad ansprach, hat sich der heilige Vater so von Gott verwenden lassen, dass er gerade hier dieser stille, bescheidene Arbeiter geworden ist. Er war für mich ein Wegweiser, Papst Benedikt. Und der damalige Johannes Birndorfer ist an den Sonntagen früh immer nach Eigen am Inn gelaufen. Und er hat dort sich mit dem Pfarrer Dullinger besprochen, seinem Seelenführer. Wie geht meine Berufung weiter? Es ging zehn Jahre. Und genau das brauchte ich auch in diesem Moment, um meinen Berufung irgendwie nachzukommen. Und diesen Seelenführer fand ich in ein paar Kirchen auf dem Gartelberg, Pater Georg Fichtel, einen Salvatorianer. Bei den Salvatorianern konnte ich meine ersten Schritte im Chorgebet machen und ich konnte immer wieder zu Pater Georg kommen, bei verschiedenen Anliegen. Und das Zweite, was mir für den Bruder Konrad noch wichtig war, er ist immer jeden Früh fünf Uhr in die Gnadenkapelle in Altötting gegangen, zum Ministrieren. Und nachdem ich eben in Schlierbach mitgelebt habe, habe ich ein Jahr lang gebraucht mit dieser Frage, soll ich nun ins Kloster gehen, nach Schlierbach oder nicht? Und als ich zufällig wieder in Altötting war, kam eine Kreuzschwester auf mich zu und sie hat mir dann gesagt, ja, gehen Sie in die Gnadenkapelle zur Gottesmutter, fragen Sie, ob Schlierbach für Sie das richtige Haus ist. Und da war eben auch der Bruder Konrad für mich wichtig, immer wieder zu Maria hingehen, immer wieder in die Gnadenkapelle und sie fragen, soll ich da hingehen oder nicht? Und ja, Maria war dann für mich diese Knotenlöserin 2010 und so konnte ich dann, ich glaube im Sommer 2011 war es, konnte ich zu meiner Mutter sagen, jetzt ist es soweit, jetzt kann ich nach Schlierbach gehen. Und so habe ich dann im September 2011 mit dem Noviziat im Stift Schlierbach begonnen und dann 2012 auch mit dem Theologiestudium hier in Heiligenkreuz. Und ja, Ende November starb dann meine Mutter, Ende November 2012, ich hatte die Hoffnung, sie besucht mich noch Weihnachten und das gab mir jetzt Trost bei diesem Punkt. Zum einen, dass meine Mutter sich hat im Juli 2012, am 14. Taufen, Firmen und Erstkommunion empfangen hat, also sie ging nicht unvorbereitet. Dann auch nach unserem letzten Urlaub hat sich auch noch die Erstbeichte empfangen und die Krankensalbung. Das Zweite, sie wurde in Altötting begraben, auf dem Parkfriedhof und so konnte ich immer wieder in die Gnadenkapelle. Und das Dritte, gerade in diesem Moment wurde mir klar, ja, auch wenn die irdische Mutter nicht mehr ist, wir haben immer noch eine himmlische Mutter, Maria. Und gerade in dieser Zeit wurde mir eben bewusst, wie sehr Maria für mich jetzt Mutter geworden ist. Und denken wir einfach ans Johannesevangelium, was sagte Jesus zu ihr, siehe mein Sohn, deine Mutter. Und wir brauchen einfach die Stelle aufschlagen, wenn Vater oder Mutter nicht mehr unter euch ist und einfach diese Stelle lesen. Diese Stelle gibt Kraft und sie gibt Trost. Und ja, das hat mich dann auch gefestigt. Und im Laufe des Theologiestudiums konnte ich immer wieder meine Anliegen entweder in Altötting oder in Mariazell oder dann auch 2016 in Lourdes bringen. Und gerade auch in Lourdes durfte ich bemerken, im Barmherzigkeitsjahr, wie Himmel und Erde sich berühren. Und so konnte ich dann 2019 Ja sagen, dann am Barmherzigkeitssonntag zu meiner Diakonweihe und am 11. Juli 2021 konnte ich Ja sagen zu meiner Priesterweihe. Also es gibt so viel, für was man einfach nur Gott danken kann. Man kann auch sagen, danke lieber Gott. Amen. Amen.